Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eurotrack Simulator 2. Ich bin hier gerade unterwegs in Genua zu einem neuen Auftrag, den ich gerne fahren würde. Da sind enge Kurven hier, breite Straßen, aber sehr enge Kurven hier durch das Industriegebiet. So, hier müssen wir rein. Zack. Denn wir wollen diesen Auftrag fahren, und zwar Computerprozessoren nach Livorno. Schauen wir mal. Wäre eigentlich egal. So. 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 Damit starten wir also. So. 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 Mal wieder die Mautstation. Wäre mal interessant zu wissen, wie viel wir so insgesamt für Maut ausgeben. Klar manchmal bezahlen wir nur 10 Euro oder so, aber manchmal sind es glaube ich auch 80, 90 Euro. Ich weiß nicht wie das hier ist in diesen Ländern. In diesen Ländern. Ja. Du hättest jetzt fahren können, dann werde ich besser drauf gekommen. Ähm ich weiß nicht wie das ist? Sind die Autobahnen eigentlich alle privat oder sind das alles staatliche Autobahnen? Oh, und jetzt fahren wir über diese Brücke, die in Genua eingestürzt ist, glaube ich. Das sieht mir verdammt so aus. Die gibt es hier also im Spiel tatsächlich und ist auch ziemlich ähnlich nachgebildet. Die ist ja vor ein paar Tagen zu diesem Unglück gekommen. In Genua, da ist diese Brücke, über die wir jetzt rübergefahren sind, zum Teil eingestürzt in der Mitte. Und es sind wohl über 30 Menschen da bei uns ums Leben gekommen, als die mit ihren Autos und LKWs halt da drüber gefahren sind. Da können wir sie nochmal sehen. Und alleine, wenn man sich hier im Spiel sieht, ist sie ja natürlich schon verdammt groß. Und wenn man sich vorstellt, wenn da einfach so ein Stück rausbricht und in die Tiefe stürzt, Ja, möchte man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Das ist schon heftig. Das ist schon heftig. So, hier gibt es viele Tunnel, durch die wir durchmüssen. Das ist ja so eine kleine Besonderheit hier, oder generell auch in vielen Teilen im Mittelmeer, dass da ja auch Steilküsten sind. Oh, und das kommt plötzlich hier nach dieser Kurve. Hier gab es einen Unfall. Oh ja, einen großen Unfall. Einen schweren Unfall, besser gesagt. Hier auch wieder diese Bunkel über dieses eine kleine Tal hier. Wunderschön gemacht. Aber auch hier sehen wir die Tunnel ziemlich alt aus. Ich weiß nicht, wie das eine Realität ist, ob die Tunnel da auch so aussehen. Aber es gibt so Länder, da würde ich schon vorsichtig da auf gewissen Straßen unterwegs zu sein. Also ich hätte jetzt, glaube ich, in Deutschland keine Bedenken durch Tunnel und über Brücken zu fahren. Und in Norwegen oder generell Skandinavien. Aber je weiter ich so da nach südlich, südöstlich komme, würde ich mir da schon Gedanken drüber machen. In Ländern wie Italien, Griechenland und Tschechien vielleicht. Ich weiß nicht. Es ist einfach so das Gefühl, als müsste man da ein bisschen vorsichtiger sein und mal schauen, wie das da so ist. So, dieser Viehtransport vor uns. Der wäre jetzt Strich 80, glaube ich. Ich glaube, den werden wir mal überholen, wenn eine Lücke da ist. So, jetzt hat er scheinbar Gas gegeben. Auf jeden Fall kommen wir jetzt nicht mehr so schnell vorbei. So, das hätten wir. Wir kommen in die Toskana. Sehr schön, dass hier die Schilder andersrum auch ausschildern. Dann weiß man ungefähr, wo man ist, in welchen Region. Das finde ich richtig gut. Dann stehe ich nicht so direkt da und weiß dann genau, in was von einem Weg man jetzt ist. . Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, das ist schon mal wieder komplett in die Hose gegangen, das Einparken. Und eigentlich ist es so, wenn man erst einmal nicht reinkommt, dann müsste man eigentlich nochmal komplett von vorne anfahren, dann geht es mir meistens besser. Also wenn ich jetzt hier stehe, gehe ich jetzt hier nochmal so, obwohl es scheint nicht zu klappen, jetzt hätten wir beinahe den Anhänger gerammt. Also eigentlich ist das eine ganz einfache Sache. So, damit sind wir angekommen in Livorno. So, unsere Computerprozessoren haben ihr Ziel erreicht. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Ein Abo würde mich natürlich auch sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Euer Kevin Zock. Bye, bye.